Dann würde ich auch einfach sagen, Herr Mahr, dann bleiben Sie noch ein bisschen bei uns heute in der Sendung. Nachher gibt es nämlich auch noch die Wetteraussichten. Dann sehen wir, ob mein Wunsch gefunkt hat. Ja, aber schön, dass Sie bei uns sind, Herr Mahr und auch Herr Schubert. Erst mal, Herr Mahr, jetzt haben Sie ja die Bilder gesehen von der Ausstellung auch noch mal. Was macht das denn mit Ihnen? Naja, man ist natürlich sehr stolz, wenn man so eine Ausstellung gewissermaßen gewidmet bekommt. Und ich denke, das geht jedem so, ganz egal, ob er Autor ist oder Geschäftsmann. Wenn er zu seinem 80. Geburtstag ein Museum gewissermaßen für sich hat, dann kann man nur sich freuen und stolz sein. Also viele Kindheitserinnerungen werden da wach. Herr Schubert, wie ist das auch bei Ihnen? War das auch so ein persönlicher Wunsch, all diese Helden dann noch mal hervorzuheben? Also je mehr wir an der Ausstellung gearbeitet haben, umso mehr ist natürlich auch die eigene Kindheit wach geworden. Mir sind wieder Geschichten eingefallen, wie ich zum ersten Mal das Samts sah. Das war damals die Augsburger Puppenkisten-Verfilmung. Oder auch andere Figuren, natürlich wie der kleine Wassermann. Da habe ich dann mein altes Kinderbuch hervorgeholt, habe gesehen, ich habe jede einzelne Grafik damals ausgemalt. Und so kommen tatsächlich auch Kindheitserinnerungen hervor. Und man sieht, diese Themen sind nicht abgeschlossen, sondern die sind eigentlich auch für Erwachsene relevant. Haben Sie denn persönlich auch so einen, wie soll man sagen, einen Kindheitsheld? Also der kleine Wassermann, den ich schon erwähnt habe, der hat mich als Kind sehr fasziniert. Aber eben natürlich auch das Thema Samts. Jeder träumt ja davon, so ein Wesen mal bei sich zu haben, Wünsche äußern zu können, auch wenn man, wie wir wissen, auch sehr vorsichtig sein muss, was man sich wünscht. Also diese Figur der Samts hat ja über Generationen Kinder begleitet und begeistert. Was hat die Figur mit Ihnen gemacht? Was hat sie mit mir gemacht? Ja, ich denke, sie hat mich berühmt und bekannt gemacht. Das kann man vordergründig schon mal sagen. Und ich weiß nicht, ob sie mich verändert hat. Vielleicht sogar ein bisschen. Ich war ein sehr schüchterner Jugendlicher und die Hauptperson für mich ist ja nicht der Samts, sondern sein Papa, der Herr Taschenbier, der ja auch schüchtern ist. Und der Samts macht ihn etwas mutiger und selbstbewusster. Vielleicht hat es mir geholfen, indem ich diese Figur erfunden habe, dass ich selber ähnlich gewachsen bin wie dieser Herr Taschenbier. Also die Figuren, die wachsen. Was haben Sie denn noch vor mit der Figur dem Samts? Mit der Figur des Samts im Moment nichts. Es kommt im Herbst ein neues Buch. Das heißt Nuffe Hartenstein. Und das ist ein unsichtbarer Hund. Und ich habe auch schon zwei Bilderbücher in Arbeit. Aber im Moment ruht der Samts etwas. Wie sind denn bislang auch so die Reaktionen? Gut, morgen geht es dann richtig los. Aber natürlich hat ja auch schon der ein oder andere ein bisschen reinspinxen können. Ja, also wir haben natürlich heute schon in den Gesichtern gelesen, wie die Leute auf die Ausschauung reagieren. Und tatsächlich, es sind verzückte Gesichter, es sind amüsierte Gesichter. Und wir haben den Eindruck, dass die Ausschauung sehr, sehr gut ankommt. Es sind eben tatsächlich Fantasiewelten, in die man eintritt. Man wird gewissermaßen Teil der Geschichte, die man vorher vielleicht im Buch gelesen hat. Man interagiert mit diesen Romanfiguren, mit den Helden der Kindheit. Und ich glaube, das macht das Thema so faszinierend. Wie ist das mit Ihrem Fantasiehorizont? Der ist natürlich sehr weit. Das merkt man in Ihren Büchern. Aber gibt es auch gewisse Figuren, die andere erschaffen haben, auf die Sie gerne schauen? Ja, natürlich. Also ich bin zum Beispiel befreundet mit der Autorin Kirsten Boje und lese alle Bücher von ihr. Und der kleine Ritter Trink, der ja auch in der Ausstellung vorhanden ist, der ist auch einer meiner Lieblingshelden von einer Autorin, also von einer anderen Autorin. Den kleinen Wassermann mag ich auch gerne. Kleine Hexe, das stimmt. Aber ich würde favorisieren Kirsten Boje. Also viel zu erleben, viel zu sehen. Ab morgen in Speyer im Museum. Und wir freuen uns natürlich auf eine tolle Zeit dort und danken Ihnen natürlich, Paul Mauer und Alexander Schubert, dass Sie bei uns gewesen sind und wünschen Ihnen alles Gute dafür und Ihnen natürlich auch noch beim weiteren Schaffen.